Ah, jetzt muss ich einen Shot trinken! Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute, meine Damen und Herren, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar zu einer Nicht-Lachen-Challenge. Bei der Nicht-Lachen-Challenge geht's darum, dass man halt nicht lacht. Und immer wenn ich lache, muss ich einen Ingwer-Shot trinken. Ich hab mir extra solche Ingwer-Shots mit Zitrone drin gekauft. Also sie sind richtig sauer und ich würde anfangen direkt an. Scheiße, der Bus ist da, ich muss laufen. Okay. So, ihr verkackten Hühner-Ficker, ich erzähle jetzt mal einen Witz und ihr lacht gefährlich, ansonsten töte ich euch alle. Ey, der hat nicht mehr den Witz erzählt und ich lach schon! Bevor ich gleich den ersten Ingwer-Shot trinke, würde ich sagen, hören wir uns zumindest nochmal den Witz an. Treffen sich zwei Jäger. Beide tot. Ja, das äh... War richtig, war echt lustig. Ah, ist das ein... Oh mein Gott! Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennt, weil der Autofokus enorm beschissen ist, aber da sind einfach so kleine Kackstückchen drin. Seht ihr das, was hier so dranhängt? Das sind einfach... Das sind... Das sind... Ah! Das sind Ingwer-Stückchen! Auf, ähm, euch. Okay, weiter geht's. Ibi-Igel-Ibi-Jacke-Köppi-Katzen-Fleisch. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Seht ihr die Scheiße da drin rumschwimmen? Ey, das ist ja... Okay, der erste war schlimmer. Du, ich, wir, hier, bauen einen Flieger aus Papier. Ich hab nicht gelacht. Ich hab nur ne Frage. Ähm, in dem Songtext wird gesagt, wir bauen einen Flieger aus Papier, aber das ist augenscheinlich kein Papier. Dann ist ein Blatt. Aber ja, der Wille zählt. Dies ist mein Abschiedsbrech. Ich werde euch verlassen. Die guten Tage sind verblassen. Weg aus der grausame Welt. Es gibt keinen Held. Jeder Tag ist gleich im... Äh... Also, wenn ich das jedes Mal höre, da krieg ich auch Gentehaut. Genau. Ich mach den PS4 an. Den Fernseher. Den Kastatur. Die Maus. Den Toner. Den Headset. Natürlich einfach Fortnite und sie alle. Ich find's immer klasse, wie viel Mühe sich Leute dann mit ihren TikToks geben. Ja, na gut. Okay, meine TikToks sind auch nicht viel besser. Pretty Boy. Ja. Ich hab nicht gelacht. Das kann doch nicht gut klappen. Das kann doch nichts werden. Ne. Also, ich lach heute nicht mehr. Ich hab einen richtig krassen Lauf gerade. Twelve Seconds later. Das war hundertprozentig ich mit meinem... Oh, f***. Jetzt muss ich so ein Ingwer-Shot trinken, ne? Das ist schon so ekelhaft, wie das da reinschüttet. Guckt euch diese Scheiße an, Freunde. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, aber da schwimmt so viel Kacke rum. Wieso mach ich die Teile auch immer so randvoll? Oh, Mann. Auf die Luke-Crew. Ich muss auch kurz aufs Klo. Ah, ja. Den kenn ich schon. Der lacht jetzt, dann kriegt er das Ding auf den Kopf. Okay, er lacht weiter. Den kenn ich, glaube ich, auch schon. Ja, der rutscht aus. Ist ja klar. Da kommt man schon an. Die Katze, die geht drauf, die rutscht runter. Also, ein paar Videos kenn ich jetzt tatsächlich schon, aber das Video ist eigentlich relativ neu. Also, die Kompi... Das kenn ich noch nicht. Das kenn ich auch noch nicht. Das ist... Sie rutscht einfach runter. Haben wir noch irgendwas, was ich... Das kenn ich auch schon. Das sind alles nur so Sachen, die wehtun. Da lach ich ja nicht drüber. Oh, nein. Nein. Wie gesagt, da tut einfach nur weh. Das ist doch nichts. Also, da sitzt doch keiner vorm Screen und denkt sich... Ha, ha, ha. Ey, the time of my life. Erstmal, sag's mal, hallo, zu meiner Kompi hier. Ja, oh, meine Brille rutscht. Oh, ja, okay, das ist Ubi. Ich bin's der schnellste Rapper von Deutschland. Weißt du nicht? Guck mal, ich hör mal, wie schnell ich Rapper. Guh, 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 guh. Ha, ha, ha. Ey, du lachst immer so eine Wichse. Es ist so ekelhaft, Digga. Auf den Luca-Shop. Ich wollte ihn eigentlich ins Klo kippen Aber ich hab ihn dann doch noch ausgestro- Ey Leute, das ist Ich hab's schon oft genug gezeigt in diesem Video Aber Schaut euch das an Das ist, man denkt Das ist ein bisschen so, wie wenn man Durchfall trinkt, ne? Kennt ihr das? Wenn man, ne? Mach ich hier einen Daunerstag Viele unterstellen mir ja immer so Oh, ungesund, ungesund Ich so, halt deine Schnauze, du Bastard Was für ungesund, hier ist Salat Ja, geb ich ihm recht Oh, oh, ho, ho Nein, das meint sie nicht Das meint sie nicht Nein, oh mein Gott Warte, hab ich jetzt gelacht oder war das Das war, das war kein Lachen, ne? Warte Ich Also ich trink auf keinen Fall noch mal so'n scheiß Schott Heute gab's ein Lied auf Radio und es ging so What the way, what the way, what the way Da hab ich mir gedacht, oh mein Gott Murat, du kannst es doch besser singen Und ich hab das auch gesungen Ist mir egal, ob's dir gefällt oder nicht Ciao, by the way Ja, ich sag da so nichts Hallo Steven, ich wollte dich mal fragen Möchtest du mein TT-Neppe sein? Freu mich auf Antwort von dir Hat sie TikTok mit WhatsApp verwechselt? Leute, kennt ihr das? Wenn ihr keinen Akku habt, dann könnt ihr einfach das drauflegen und so spielen Mit Freunden so weit spielen Was ein Lifehack Willkommen in den Shop.de Ja, oder wenn ihr Brennholz für den Winter braucht, ist das auch gut geeignet Oh mein Gott Da kommt einfach so'n Elefant hergelaufen What? Ey, wenn der einmal aufs Auto tritt, die sind tot, ne? Oh mein Gott So, es gibt doch ein so'n Video Warte, das kann ich mir Vielleicht finde ich das mal kurz Das hier ist auch so'n Video, wo Leute einfach mit ihrer Karre direkt an den Löwen herfahren Und dann kommt so'ne Löwin hin und Chillt kurz Der Löwe chillt da Schaut da rein Ah, f***, jetzt muss ich den Shop trinken Oh mein Gott Ich hab den Shop grad getrunken und im Mund gelassen und das dabei so gemacht, weil der so ekelhaft geschmeckt hat Und dabei hab ich den runtergeschuckt, dann ist das alles meine Nase Jetzt ist meine Nase voll mit Ingwer-Stückchen Bei uns ist das so, wir sind Partner Wir sind aber auch beste Freunde Zeitgleich sind wir aber auch Geschwister Ähm Äh Vielleicht wird euch mal so'n Shotguns gut tun Ich hab geträumt, einfach Ich hab Schweinefleisch gegessen Das war so ekelhaft Äh Kotzt sie? Alles klar War echt lustig Er ist einfach verschwunden So ein Dunker, ey An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde Wenn euch diese Nicht-Lachen-Challenge gefallen hat, dann würde ich mich sehr, 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 sehr doll über einen Daumen hoch von euch unter dem Video hier freuen Schaffen wir 40.000 Likes Das wäre mega krass und würde mir zeigen, ey, euch gefallen diese Nicht-Lachen-Challenge Ähm, ich Kann gar nicht mehr richtig reden, weil mein Hals voll mit Ingwer-Stückchen ist Abonniert allerdings auf jeden Fall meinen Kanal, falls ihr noch kein Teil der Luke-Stru seid Es ist kostenlos und ihr verpasst keine Videos mehr Und wenn ihr schon Abonnent seid, klickt doch gerne auf die Glocke Denn dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, sobald ich ein neues Video täglich hochlade Und Halt die Fresse, du Lappen Halt die Fresse